Ich habe jetzt schon so ein paar Favoriten hier im Publikum. Man hat ja sehr viel Zeit, auch das Publikum zu beobachten. Sehr gut finde ich hier hinten ihn mit der weißen Mütze und dem Pullover über die Schultern. Schönen guten Abend, der Bürgermeister wahrscheinlich. Der Arme. Oder ein trauriger Vater. Der Besitzer vom Acker hier. Der Mensch vom DRK. Wem gehört das eigentlich? Ist das der Garten von Titte? Ja, das ist Tittes Garten. Die Garten Eden sozusagen. Ja, und hier Haki. Kennt ihr Haki? Tu's nicht. Ich sag mal so, ich will ihn mal beschreiben. Wie beschreibt man Haki am besten? So. Wie bitte? Achso. Schön. Ein schöner Mann. Du bist ja gemein. Echt? Der sagt so was. Dick und hat eine Brille. Vogel, also. So, das nächste Lied ist auf jeden Fall für Haki und für Titte. Schönen Dank wieder für die Einladung. Warum ist das nächste Lied für die? Weil es so ein schönes Lied ist. Hat er sich gewünscht. Alles Gute, ich bin aus, Haki. Ich komm vom Dorf und sie kommt aus der Hauptstadt. Sie ist das Mädchen, das mir den Verstand geraucht hat. Sie hat die Welt bereist. Ich war mal in Hannover. Sie liegt im Trend. Ich falle Oma auf dem Lofa. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Mädchen auf dem... Mädchen auf dem Lofa. Die 15. Nacht muss ich nachs Fahrrad meiner Schwester. Sie spielt gern Wokab, ich im Feuerwehrorchester. Sie tanzt bis morgen in den heißen Klosesszene. Kein Wunder, dass ich mich in meiner Welt umschäm. Mädchen, 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 Mädchen aus Berlin. Mädchen, Mädchen aus Berlin. Er kommt zu mir. Wow, ich bin glücklicher. Er riecht bestimmt super, oder? Ich halte es nicht mehr auf. Sie wohnen im Hinterhaut. Ihr Internet geht immer. Ich achte nicht mal. Mein eigenes Mädchen aus Berlin. 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 Oh, ich bin glücklicher. Mein Mädchen, Mädchen, Mädchen aus Berlin. Mein Mädchen aus Berlin. Heuers. 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 Dauers. Gott liebt! Geil. Er hat eine Botschaft. Achtung, fuhr. Herr Hugu... ...sind alle frohenimmern. Frauen ja, aber Typen ...sind alle frohen feelr. Ja, ja, er sucht, sind alle freundschuld.